Moin Moin, in Ihre Richtung, unbekannter Weise. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas Hofmann. Ich bin bis zum 1.8. Lehrer gewesen. Oh, da kommen wir da hinten. Ach du liebes bisschen. Warten wir nochmal eben kurz. Bin zum 1.8. Lehrer gewesen und medienpädagogischer Berater des Landes Niedersachsen. Habe 15 Jahre an der Waldschule Hacken gearbeitet. Meine ehemalige Chefin konnten Sie gestern hier vielleicht schon sehen. Das war meine ehemalige Schulleiterin. Habe mich trotzdem entschieden, dem Leben den Rücken zu kehren. Und mache mich jetzt also mit den Sachen, die ich mir vier, fünf Jahre aufgebaut habe, auf eigenen Füßen gerade selbstständig. Ich habe 2008 angefangen, an meiner Schule 1-zu-1-Klassen auszustatten. Das ist jetzt mittlerweile erschreckende elf Jahre her. Fast zwölf, als ich in die Planungsphase ging. Und habe jetzt in den letzten wirklich sieben Jahren zig Schulen in der Bundesrepublik begleitet. Und das möchte ich so ein bisschen mit Ihnen teilen. Es geht nicht nur um meine Schule, eigentlich nur ganz, ganz wenig, sondern um so die gesammelten Fehler und blutigen Nasen, die ich mir geholt habe. Die möchten wir gerade durch solche Veranstaltungen wie das Exciting Edu oder andere, an denen ich auch mitplane, wollen wir gerade vermeiden. Und da möchte ich ein paar Punkte mit Ihnen durchgehen. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal unseren eigenen Beruf überdenken und fragen, verdienen wir genug, dann schauen Sie mal, womit andere Geld verdienen. Das ist für mich so ein wunderschönes Symbolbild dafür, was früher das Handyverbotsschild war. Jetzt ist das sogar ein Markt geworden. Wir versuchen also das Thema ja rauszuhalten. Wir versuchen uns der Digitalisierung irgendwie zu entledigen. Sie sind diejenigen, die darum gebeten haben, in ihrer Schulleitung freizukriegen, zwei Tage. Ganz, ganz viele würden nicht mehr auf die Idee kommen, hier freitags Nachmittags noch zu hängen und nachher vier Stunden im Zug nach Hause zu fahren. Das dürfen wir, glaube ich, immer nie vergessen. Das heißt, wie es denn eigentlich und auch bei der Planung einer solchen Veranstaltung, die Schere wird immer größer. Und die Schere zwischen denen, die das jetzt jahrelang machen, die Schule weiterentwickeln, die gedanklich die Digitalisierung quasi schon in ihren Unterricht eingeführt haben und auch konzeptionell, sage ich mal, gefestigt haben, die sind irgendwo hier. Und dann versucht man, Workshops zu gestalten und merkt, dass der Workshop Künstliche Intelligenz eine Anmeldung hat und der Workshop das iPad in leerer Hand 80. Und dann weißt du, okay, wir sind eben immer noch am Anfang. Und ich weiß nicht, ob Sie das Bild kennen. Ich wurde immer kritisiert dafür, dass ich es wieder genommen habe. Ich nehme es auch in zehn Jahren noch, weil ich es auch in zehn Jahren noch lieb habe. Das ist ein Bild aus meinem Lehrerzimmer. Das ist nicht gestellt. Es gab eine Gruppe, vor der ich mal gesprochen habe, die hat es nicht verstanden. Das war im tiefen Schwarzwald. Das war im tiefen Schwarzwald. Ich wusste nicht, ob ich lachen durfte, aber es wurde nicht so erkannt. Für diejenigen, die jetzt sagen, ich verstehe es auch nicht, aber ich mag mich nicht äußern. Gerade, ganz ehrlich, ganz junge Kolleginnen und Kollegen kennen die Milchtüte nicht mehr ohne Schraubverschluss. Das ist meine Kindheit, weil die Milchtüte mit Schraubverschluss und die beste Technik oder die Technik, die ich hatte, war Schere nehmen, hinten einen reinhämmern, vorne schräg aufschneiden. Es entbrannte, nachdem ich das getwittert hatte bei uns in dem Kollegium, dann so eine Diskussion durfte ich. Das habe ich mich lustig gemacht über irgendwen, ein bisschen vielleicht. Aber grundsätzlich ist das so ein schönes Bild. Wir sind so unterschiedlich, so anders sozialisiert. Und dass das Bild nicht gefaked ist, sehen Sie übrigens an den Porzellan hinten. Also das ist Lehrerzimmer live. Und für mich ist das tatsächlich wirklich, das ist die große Herausforderung, die wir zu leisten haben, die von Jahr zu Jahr, ich habe es gerade versucht mit dem Beispiel des Workshop-Angebotes, das, wo du denkst, das ist jetzt visionär, das ist jetzt medienpädagogisch en vogue, das wird es. Du hast einen Referenten gefunden dafür. Das Thema ist für so viele Menschen momentan relevant, weil es einfach noch darum geht, wie starten wir. Denn die Realität sieht anders aus. Und auch das ist ein Bild aus meinem Lehrerzimmer. Und auch das ist nicht gestellt. Wir haben einen ganz tollen Admin bekommen. Das meine ich ernst, das ist ein wundervoller Typ. Der hat das dann übernommen, als ich raus war. Und als die neuen Kolleginnen und Kollegen an die Schule kamen, machte er das. Er hat mit einem Lineal abgemessen, eine Schablone gemacht, an den Monitor geklebt, damit die Kollegen wissen, wo man was zu klicken hat. Das ist schon, ich fand es natürlich lustig, aber auf der anderen Seite auch schon ganz schön beängstigend. Fakt ist aber, dass wir genau damit gerade zu kämpfen haben. So, und jetzt muss dieses Thema rein. Es ist auch noch politisch gerade unglaublich gewünscht. Die Veranstaltungen betteln quasi gegeneinander. In Berlin sehen wir es gerade. Sie sprießen überall raus. Und wenn wir uns aber jetzt, wie kann ich, oder wenn wir uns zurückerinnern, wie kann ich jetzt dieses Projekt in das laufende, in die laufende Schulentwicklung, Projekt ist es ja eigentlich nicht, aber wie kann ich die Digitalisierung, die laufende Schulentwicklung mit reinnehmen, dann kommen wir aber auch schulisch sozialisiert, und das war nicht immer gut, kommen wir uns zur Erinnerung. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, die jungen Kolleginnen und Kollegen, ich bin Englischlehrer geworden nach der Tortur. Und wenn ich mir das Bild, je länger ich mir das Bild angucke, desto skurriler finde ich das allen Ernst ist, dass ein Sichtschutz, es geht um Kommunikation und es wird ein Sichtschutz gebaut zwischen den Menschen. Also das Sprachlabor, das war das erste elektronische, elektrische, ich weiß gar nicht, was es war, irgendwas, aber es war der Horror. Ja, für mich als Lehrer. Danach wurde alles gesetzt auf und auch die Gelder wurden gesetzt auf diese Entwicklung. Computerräume, Computer, wie heißt es im Osten? Kabinette, ne? Kabinette. Und das war auch die Zeit, als ich in die Schule eingestiegen bin und tatsächlich habe ich irgendwann angefangen, die Stühle zu bekleben mit Nummern, weil es fand ja keine Kommunikation statt mit den Kindern. Und weil ich nie wusste, wie die heißen und wie im L saßen und ich quasi hinter denen musste die Schühle benummerieren und habe die dann mit 11 und 13 angesprochen, fand ich ganz furchtbar. Aber das war E-Learning, hieß damals E-Learning. Ich weiß nicht, ob jemand von Cornelsen hier drin ist, dann bitte ich um Entschuldigung. Aber die Software, die damals von Cornelsen auf dem Markt war, man kriegt sie nicht mehr installiert, müsste man mal machen, ist bestimmt ein Jux. Also da haben wir versucht, Englisch dran zu lernen. Ganz schlimm und hat auch, glaube ich, ganz viel zersägt bei uns an Motivation. Die Wartung war nicht geklärt. Wer kümmert sich um den ganzen Kram? Der, der nicht schnell genug wegrennt. Sie kennen das alles. Das war schwierig. Und dann kam ein ganz großes Konjunkturpaket in Niedersachsen. Alles wurde angeschafft, ohne auch nur ein Konzept und eine Idee, warum überhaupt. Die Tafeln, ich spreche nicht schlecht über die Tafeln, ganz und gar nicht. Über die Technik habe ich nichts zu sagen. Die Art und Weise der Einführung war einfach eine Katastrophe und hat in Niedersachsen und auch in anderen Bundesländern dazu geführt, dass unglaubliche Frustration aufgekommen ist. Nicht nur, weil Geld verschossen wurde, sondern weil wir damit alleine gelassen wurden. Wir hatten irgendwann drei Tafelsysteme bei uns in der Schule, weil die Ausschreibung immer wer anders gewonnen hatte und meine Kollegen waren irgendwann so frustriert, weil die Ausstattung so heterogen war, dass sie gesagt haben, fassen Sie meine Füße, ich mache das alles wieder mit meiner grünen Tafel, da weiß ich, was ich habe. Und ich kann es Ihnen im Nachhinein nicht mehr verübeln, dass das so war. Wir haben dann angefangen mit Notebook-Klassen. Das war auch so etwa vor zehn Jahren, war das das große Ding. Die Geräte haben damals 1.500 Euro gekostet und die Eltern meiner Schüler in der ersten Klasse haben 37,50 Euro pro Monat bezahlt. Rückblickend, ich habe keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Also weiß ich nicht, unglaublicher Preis eigentlich. Aber es hat sich für mich gezeigt, die Eltern haben da vorne jemanden gesehen, der da heiß war, der da Lust drauf hatte, der diesen Weg gehen wollte und die Eltern sind mitgegangen. Und das war für mich ein ganz wichtiges Zeichen. Da ging es gar nicht ums Geld. Es ging darum, dass irgendjemand die Kinder an die Hand nimmt und sich diesem Thema annimmt. Und ich habe es hemdsärmelig gemacht, sage ich Ihnen ganz ehrlich, aber ich habe mit den Schülern gelernt und bin auch mit den Schülern baden gegangen ganz oft. Im übertragenen Sinne. Und das war dann vor sechs Jahren auch eine Schnapsidee bei uns. 2012 haben wir die eingeführt. Ich habe Ike gefragt, der hat gerade hier den Wordstock gemacht, hast du da Lust zu? Und Ike sagt immer, klar, mach mal. Dann haben wir eben Tablets eingeführt. Damals durfte man noch sagen, es waren iPads. Lag daran, dass gar kein anderer auf dem Markt war. Danach haben wir uns zwei, drei Jahre quasi um ideologische Scharmützel gekümmert, weil Apple doof ist oder Google viel döver oder Microsoft irgendwie auch doof. Es ging aber nie ums Wesentliche. Es ging nur immer um irgendwelche ideologischen Grabenkämpfe. Die haben sehr viel, sehr viel blockiert. Aber, und auch das ist jetzt immer noch ein Punkt, wenn ich hier Mäuschen spiele unten, wir reden viel zu viel über Technik. Wir reden viel zu viel über Technik, über Verwaltung, über Administration, über Plattformen. In meinen Augen fokussieren wir da viel zu viel drauf. Wenn ich Schulungen gebe, und das mache ich immer noch wöchentlich eigentlich, auch normale Tabletschulung, dann ist immer die erste Frage von Kollegen, mit welcher App, die Frage nach der App ist sowieso schon mal eine, die mir mittlerweile Angst macht, aber mit welcher App kann ich denn mein Arbeitsblatt beschriften? Und das ist für mich dann immer so, okay, also wir gehen jetzt erstmal davon aus, wir haben analoge Abläufe, wir haben unseren analogen Unterricht und den wollen wir jetzt digitalisieren. Fein. Wenn wir aber davon ausgehen, dass die Schüler das auch machen, dann lassen Sie die mal in einem Workbook in Englisch arbeiten. Analog geht das super. Jetzt fangen die an, das abzufotografieren, eine App zu suchen, mit der sie die Lücken beschriften können und bevor die Arbeit abgegeben wurde, haben die noch nicht mal die App runtergeladen. Das heißt, auf einmal haben sich Abläufe komplett auch verschlechtert, weil nämlich alles digital gemacht werden sollte, völlig ohne Sinn und Verstand. Und da sehe ich, da sind wir auch noch und diesen Schritt haben wir noch lange nicht überwunden. Sie kennen das Zitat vielleicht, das ist auch schon uralt, aber es ist immer wieder treffend. Es ist ja tatsächlich so, wenn wir das, was wir früher nicht gut gemacht haben, jetzt mit einem bunten, schönen Tablet machen, wird es dadurch nicht gut. Und bevor ich jetzt auf die einzelnen Schritte gehe, die, glaube ich, dazu führen müssen, die wir gehen müssen, um diesen Punkt zu überspringen und weiterzukommen, wollte ich Ihnen noch mal so ganz kurz eben so einen Blick in meine Gehirnwandlung geben, von wo ich komme, gerade gedanklich. Ich glaube, das ist ein Wort, was uns als Lehrern ganz viel Angst macht. Und es gab in Niedersachsen die, wie heißt sie, die SchultÜV, gibt es das? Schulinspektion. Die Schulinspektion. Was haben wir Konzepte geschrieben? Das glauben Sie nicht. Wir haben die Deckblätter verändert, das Datum und das alte Konzept wieder in die Schublade gepackt. Ja, wie viel Zeit haben wir in Arbeitsgruppen gesteckt, in tote Arbeitsgruppen, in Konzepterstellungen, die gar nicht gelebt wurden, die einfach nur im Schrank stehen mussten. Und wenn ich von Konzept spreche, spreche ich nicht von so einem toten, auf Papier geschriebenen Konzept, sondern von etwas Dynamischem, von etwas, was sich immer wieder verändert. Und das finde ich auch ganz wichtig. Und das kann eine Mindmap sein, das kann ein Graphic Recording sein, das muss kein geschriebenes Konzept, was eh keiner liest sein, sondern etwas, was allen aber transparent ist, was nicht nur die drei Heißbrenner in der Schule, die auf jeder Veranstaltung sind, kennen, sondern das alle kennen. Vielleicht noch nicht alle verstehen, aber alle kennen. Und das sind die anderen Punkte, die ich gleich kurz einfach durchgehen will, will aber gleich eigentlich erstmal in die Konzepte springen. Es gibt jetzt mittlerweile Landeskonzepte in allen Bundesländern. Bei dem ersten Tag hier am 14. ging es darum, MEP ist ein großes Thema mit der Entwicklungsplanung, basierend auf den Medienbildungskonzepten der Schulen. Das ist jetzt ja das Ding, was alle wollen. Tatsächlich kenne ich hier in Niedersachsen und auch in Baden-Württemberg, das sind so die beiden Hauptbundesländer, wo ich mich bewege, ganz viele Schulen und Kommunen, die das gemacht haben. Aber Hand in Hand und nicht der Schulträger macht. Und die Schulen müssen dann irgendwie das nutzen, wozu sich der Schulträger aus welchem Grund auch immer entschieden hat. Ich war neulich in Hürth in einer Schule, die sagte, wir haben explizit, wir haben ein Medienbildungskonzept geschrieben, da stehen wir alle hinter, wir haben da so Bock drauf. Und da steht explizit drin, wir wollen keine digitalen Tafeln. Und jetzt haben sie 17 digitale Tafeln bekommen. Frustrierender, glaube ich, kann es ja nicht laufen. Ich mache was, ich mache mir Gedanken, ich bilde mich weiter und der Schulträger haut mir einen von Latz und kauft genau das, was ich nicht will. Das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt, dieser Schritt, Hand in Hand mit dem Schulträger zusammenzuarbeiten. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, der wir uns gerade stellen müssen. Ein ganz großes Problem, was dazu kommt, ist, glaube ich, das hier, das Stück vom Kuchen, was gerade jeder haben möchte. Ja, der Digitalpakt schwebt da irgendwo, jeder meint, er kommt. Was passiert jetzt? Die Schulträger brauchen Konzepte. Irgendwas. Ja, die geben jetzt in Auftrag einen Medienentwicklungsplan. Glauben Sie mal, dass die Schulen da in größten Teilen, und ich werde zu solchen Sachen teilweise angefragt, die Schulen sind gar nicht in diesen Prozess integriert. Die sind gar nicht vorgesehen. Ein Treffen, ein Planungstreffen zum Teil mit den Schulen. Das heißt, der pädagogische Teil dieses Konzeptes, der ist so, alles andere ist Technik. Support, Technik, Finanzierung. Und da sehe ich gerade, gerade in der Panik, jetzt das schönste und saftigste Stück mit der Erdbeere zu kriegen, sehe ich das größte Problem, dass wir diese gute Idee der Tablets, brauche ich jetzt nicht sagen, warum das eigentlich ganz gut läuft und so weiter, aber dass das genauso ein schlimmer Rohrkrepierer wird, wie vor zehn Jahren die Tafeln. Weil ich nämlich befürchte, dass, oder ich es auch schon sehe und auch schon Rückmeldungen von Schulen kriege, bei denen ich vor drei Jahren war, dass die schon wieder einstampfen. Ja, weil eben die Konzepte fehlen. Der zweite Punkt ist ganz wichtig, ich weiß, ich habe das gestern in Hildesheim gesagt und das war in einer Uni, das ist schon frech gewesen, sich selbst zu zitieren, weiß ich, aber das war eine Zitatsfolie, die hat es einfach so hergegeben und ich habe da kein Zitat zu gefunden, deswegen habe ich da einfach mich selbst zitiert. Fakt ist, dass diese Aussage die jungen Kolleginnen, die machen das schon. Also Kolleginnen, verstehen Sie nicht Falsches mit dem großen I, Kollegen und Kolleginnen, nee, überhaupt nicht. Nein, das wird nicht passieren, denn es ist auch nicht passiert, in den letzten fünf Jahren nicht. Die jungen Kolleginnen und Kollegen lernen das in der Uni auch nicht, produktiv mit diesen Sachen zu arbeiten. Vielleicht haben sie die Affinität, dann ist das vielleicht so, aber selbst in der Lehrerausbildung drauf, im Referendariat, ist das nirgendwo in keinem Bundesland bislang so verankert, dass jeder dort eine Qualifizierungsmaßnahme durchläuft, von der man sagen könnte, diejenige, derjenige Seminarleiter ist bereit, junge Menschen auszubilden und Lehrer werden zu lassen in der digitalisierten Welt. Gibt es Projekte in vielen Bundesländern, aber das ist, glaube ich, die allergrößte Nuss zu knacken neben der Konzepterstellung. Denn wenn ich mal zurückblicke, das sind junge Kolleginnen in 25, 26, 27, ich wäre in meiner Schule übrigens drittältester Mann mit 45, das ist schon, das ist nicht der Grund, weshalb ich gegangen bin, aber es ist schon, es hat sich total verjüngt, komplett. Und dann hoffst du, so jetzt geht es los, nein, die Ausbildung ist, das sind doch die gleichen Ausbilder, das ist mein Ausbilder von vor 15 Jahren mit den gleichen Ansätzen. So, und da komme ich jetzt, wir müssen die Inklusion wuppen, wir müssen die Oberschulumstrukturierung wuppen, ständig wird neu differenziert, wir merken, das geht so nicht und wir haben die geflüchteten Kinder und Herausforderung über Herausforderung, dann komme ich und sage, ey, hast Bock, deine Klasse wird jetzt Tablet-Klasse, ist cool, oder? Genau, nein, eben nicht, weil es nochmal ein oben drauf ist, das ist noch ein, noch mehr auf die Schulter, die eh schon schwer lastet, wenn man in die erste Klasse geht. Und diese, diese Angst und diese Hürde, die muss schon genommen werden, bevor die jungen Kolleginnen bei uns in der Schule sind. Und das Gleiche schließt übrigens die Medienkompetenz, die besagte unser Schüler, mit ein. Ja, halte ich für völlig überbewertet. Meine Schüler wissen, wo sie Schmuddel-Filmchen kriegen, meine Schüler wissen, wo sie illegal Musik finden und meine Schüler wissen auch, welcher Streaming-Dienst gerade nicht im Gefängnis ist, das wissen die alles. Aber meine Schüler wissen nicht, wie die produktiv arbeiten, denn meine Schüler können auch nicht mal einen Kalender führen. Und das müssen wir auch einfach tun, nur weil sie ein bisschen Wischkompetenzen haben und das sieht alles toll aus und die sind ziemlich angstbefreit, bewegen sie sich da. Kompetent ist da wenig. Soll uns auch das einfach zeigen, ey, wir sind gar nicht so schlecht, auch wenn sie irgendwo bei Null starten. Ja, so schlecht sind unsere Fähigkeiten meistens gar nicht. Ich schwöre, das ist ein Arbeitsblatt eines Oberstudiengrates. Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist ein ganz tolles Bild. Für mich das Zeichen, wie wir arbeiten. Und für mich aber auch ein wunderschönes Zeichen dafür, wie wir einfach nicht mehr arbeiten können, weil es so nicht mehr geht. Das klappt so nicht mehr. Und wenn wir nicht anfangen, und sie tun es ja, sie sind hier, und wenn wir nicht anfangen, miteinander zu schnacken, in Berlin kennt man das, schnacken. Wenn wir nicht anfangen, miteinander zu schnacken, dann wird es schwierig. Und wenn sie, ich höre das so oft, kannst du mir bei dem und dem helfen, hast du da was? Ich finde es immer so schade, weil mit der Frage, mit der der Kollege eben rechts neben mir stand, war ich letztes Jahr in Baden-Württemberg und da gibt es tolle Leute und in Berlin auch. Also jeder erfindet das Rad neu. Jeder von uns. Und das ist so viel Zeit, die wir verbrennen. Also hier wird ja immer, gerade diejenigen, die mit Social Media wenig am Hut haben, bei diesen Veranstaltungen werden sie zum Teil, ich weiß, total bombardiert mit Twitter, Twitter, Twitter. Aber ganz ehrlich, ja, Twitter. Genau. Alleine das, was dort reinkommt, an Informationen, an Fortbildungsideen, an Unterrichtsbeispielen, es geht nichts Besseres für sie als interessierten Lehrer. Und das muss nicht sich auf die Digitalisierung beziehen, das kann sich auf die Inklusion beziehen, auf irgendein Thema und dann bauen sie das so auf, dass sie eben nur Sachen dazu reinkriegen. Aber das, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Die Ressourcen, meine Ex-Chefin hat es gestern gesagt, die ist eine der wenigen, die sich wirklich hinstellt und sagt, die Stunden haben wir nicht, ihr kriegt sie trotzdem. Die Ressourcen haben wir nicht. Und vielleicht spielt die Schulleitung auch an der und der Stelle nicht mit, vielleicht spielt sie gut mit. Fakt ist aber, wir haben es nicht, alles neu zu starten von Null. So, warum nicht irgendwo hingehen und auch mal über die Landesgrenze gucken? Allein das finde ich so bedauerlich, dass quasi Niedersachsen hinter Osnabrück meine Denke und meine Vernetzung enden soll. Und wenn ich mal genau denke, sind wir eigentlich in der Gemeinde schon vernetzt? Gibt es da Netzwerktreffen? Treffen sich die Grundschulen mit den weiterführenden Schulen eigentlich oder eigentlich immer nur, wenn es darum geht, Schüler abzugreifen? Nämlich kurz vor der Anmeldung. Das ist immer der Zeit, wenn die Schulen rumtingeln und sich präsentieren in den Grundschulen und sowas. Aber richtige Vernetzungstreffen? Leider nicht. Ein Bereich, den ich ganz wichtig finde, der Anfang des Jahres ja quasi Hysterie auslöste, ist der Bereich des Datenschutzes. Super wichtig und ich muss es ganz ehrlich sagen, ich werde es jetzt nicht sagen, ich zügele mich gerade bei manchen Äußerungen, weil ihr das aufnehmt. Und es gibt Schulen, die gehen mit den Daten und mit den Bildern ihrer Schüler saumäßig um. Die veröffentlichen Bilder von Schülern und Schülerinnen, deren Rechte nicht gewährt sind und so weiter. Das gibt es. Und ich habe es erlebt und wenn ich sehe, das betrifft meine eigenen Kinder, nee, das will ich nicht. Und ich weiß ganz einfach, dass viele Schulen auch, irgendeiner macht die Homepage, irgendeiner kümmert sich drum und wenn ich sehe, wie Verteilerlisten dort geschrieben werden, 80 Leute in CC, Eltern, Kinder, Schüler, dann weiß ich, da ist so wenig Verständnis und Gespür dafür, dass es diese Regelung geben muss. Und wenn ich dann einfach auch traurig bin, weil mein geliebtes Kahoot nicht mehr funktioniert oder ich Google Docs nicht nutze, oh, Aussteller, mach den Balken drüber, wenn ich Plattformen nicht mehr nutzen darf, die ich gerne genutzt habe, dann ist das schade, aber ja, verdammt nochmal, ich weiß endlich, was ich darf. Und wir haben das in meiner Schule, haben wir jahrelang die Schüler eine Apple-ID bauen lassen. Ja, mach mal eine Apple-ID. Und das machen so viele Schulen immer noch. Und unterzeichne mal hier, dass du die iCloud nicht benutzt. Genau. Nee, die Geräte müssen verwaltet werden. Die Geräte müssen zentral gesteuert werden. Und das nicht nur, weil ich den Kindern nicht traue, nein, damit die Daten nicht irgendwo aufgrund von Unwissenheit in die Welt gepustet werden. Und für mich ist diese Datenschutz-Grundverordnung mittlerweile endlich mal so ein Pfeiler, links, rechts. Und es gibt immer einen Weg um alles. Und es gibt immer eine Lösung für alles. Ist Jörg hier, Steinemann? Nein. Das war mein ehemaliger Chef beim NLQ. Es gibt so fantastische Leute, auch im Datenschutz. Unser Datenschützer, der für unsere Region zuständig ist, dem gibt meine ehemalige Chefin den ganzen Krams, den wir machen. Alle Arbeitsabläufe digitaler Natur kriegt der auf den Tisch und der prüft die und sucht Wege. Das ist gar nicht immer nur, dass da blockiert wird. Man muss einfach transparent zeigen, das machen wir, da wollen wir hin. Und wie kommen wir da hin? Für fast alles gibt es da auch eine Lösung. Und wenn ich sehe, dass Schulen ihre Internetpräsenzen geschlossen haben vor der DSGVO, dann kann ich sagen, ja, dann tut es mir leid. Also ich habe drei Internetseiten und ich habe 200 Euro die DSGVO tauglich von jemandem machen lassen, der sich damit auskennt. Das war es. So. Und damit war die Hysterie auch für mich beendet und jetzt gibt es einfach Dinge, die ich nicht mehr darf. Aber ich weiß, was ich darf. Und deswegen sehe ich das gar nicht mehr als so unglaublich negativen Punkt. An manchen Stellen stehen wir uns selbst im Weg, das weiß ich auch, aber nochmal, wem bringt das was, wenn wir uns nur hinstellen und motzen über das, was nicht geht? Das finde ich schwierig auch. Ich habe mich neulich in Stuttgart in die Nesseln gesetzt, weil ich einem baden-württembergischen Berufsschulkollegium gesagt habe, nicht Kollegium, sondern Berufsschullehrern, also es ist ja echt der Speckgürtel in Stuttgart, der Speckgürtel der gesamten Republik. Und ich habe es da gewagt zu sagen, es ist schon ein bisschen vermessen, in der Situation, in der Lage, sich über Infrastruktur aufzuregen, wenn ich dann gucke, wie das in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg oder in Thüringen aussieht an manchen Schulen. Das ist einfach eine Schere, die Sie sich gar nicht vorstellen können, die unglaublich ist. Da habe ich mich so unbeliebt gemacht, weil ich auch gesagt habe, ich würde doch als Schulträger auch nicht mein Geld geben, wenn ich sehe, die Schule hat gar kein Konzept, die hat gar keine Vision, die hat gar kein Biss, das umzusetzen. Also es muss ein Geben und Nehmen sein und dieses Geben und Nehmen, egal ob das Datenschutzsachen sind, ob das Abläufe sind, ob das Servergeschichten sind, das muss im Dialog passieren. Ja, da wären wir beim Thema Nummer eins, bei der Infrastruktur. Das ist tatsächlich auch nicht gefakt, das Bild, aber es ist keine Schule. Ich gebe es zu, das war ein Jugendhaus, aber ich fand es wunderschön, weil es einfach für mich genau das ist. Also wenn ich überlege, wie wir die Infrastruktur an meiner Schule aufgebaut haben, ich bin mit dem Hausmeister auf dem Kriechboden und habe irgendwelche Kabel verlegt, ich hatte keine Ahnung von nix. Ich habe die irgendwo reingetöckert und irgendwann war Internet da. So hemmsärmelig ohne Ende. Heute würde ich das nicht mehr tun, ich sage Ihnen das ganz ehrlich, ich würde es nicht mehr machen. Entweder vernünftig oder perspektivisch vernünftig oder gar nicht. Das, was wir da gemacht haben, es hätte einmal brennen müssen und ich glaube, ich hätte die Haftung nie tragen können. Die Kabellagen einfach oben überall, die wären runtergekommen. Da hat man nie darauf geachtet, aber ich wollte unbedingt, das sollte jetzt passieren, überall sollte WLAN sein, wir müssen jetzt und zack und da ist noch ein alter Rechner, da statten wir den Raum aus und da hinten ist noch ein altes Whiteboard, machen wir da rein. Das war in meinem Kopf, meine Kollegen hatten überhaupt keine Ahnung, was ich von denen wollte. Ja, warum ist jetzt hier noch ein Board, da kann ich nicht mit umgehen und das waren Ängste, die ich aufgebaut habe durch diese ICE-Geschwindigkeit, die ich da an den Tag legen wollte, die super gefährlich ist. Alle Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich vor sechs Jahren, als es so wirklich losging mit den Tablets damals, als ich das vor sechs Jahren gestartet habe, es ist niemand mehr von denen an seiner, ihrer Schule. Niemand. Sie sind entweder abgeworben, ja, entweder finanzkräftig abgeworben oder sie sind verbrannt, haben sich verbrannt an ihrer Schule und das war bei mir nicht anderes. Der Bruch mit meiner Schule, mit der Schulleitung davor, kam genau deswegen. Es war nämlich ein Hofmann-Projekt und es war kein Schulprojekt. Und irgendwann musste ich mir selbst die Frage stellen, ist das eigentlich gerade ein Ego-Trip, weil ich das irgendwie cool finde oder will ich hier gerade Schule verändern? So, und wenn du was alleine machst, hinterfragst du das ja nicht. Du machst das ja einfach. Und das war ein ganz großes Problem. Und irgendwann machst du auch Dinge oder vielleicht sind es jetzt zwei oder drei in der Steuergruppe, machen sie die Gruppe breiter. Auch zwei oder drei brechen ein, wenn der Druck wirklich groß wird. Und der Druck wird dann groß vom Kollegium, nicht wenn sie eine Idee da reinbringen, sondern es wird wirklich groß, wenn diese Idee aus dieser, mein Lieblingswort, Pilotphase raus ist und auf einmal Schule ist, Schulkonzept ist. Wenn auf einmal alle Klassen ausgestattet sind mit irgendetwas und die letzten Kollegen, die vier, fünf Jahre gesagt haben, boah, nee, ich will lieber in die 8b, die macht das noch normal. Völlig in Ordnung. Aber irgendwann, wenn die Schulentwicklung sich quasi überholt hat und die Kollegen müssen mitgehen, dann kommt die Wand. Das, was am Anfang da an Wand ist, das ist nichts. Denn irgendwann geht es um die Veränderung von Prozessen. Und wenn ich mir das anschaue, jetzt wo meine Schule steht, im schulentwicklerischen Prozess, der dann eingesetzt hat, Prüfungsformate, auch ein Thema hier von Jan gewesen. Wir machen uns doch quasi lächerlich, wenn wir den Schülern sagen, selbstgesteuert, das machst du selber, du hast das Internet in der Hand, du bist frei, finde eine Lösung. und dann ist Prüfungssituation und wir holen die Time-Tag-Sichtschutze raus. Ja, das ist paradox, weil wir die ganze Zeit anders arbeiten als in der Prüfungsphase dann. Ja, aber so ist es momentan noch. Und das ist auch bei der Raumfrage zum Beispiel gerade. Du willst mobil lernen, du sitzt aber wie Lemming, also Lehrer zentriert vorne, einer redet und viele hören zu. Also diese Offenheit der Räume, wie sie, vielleicht waren sie gestern hier bei Michael, bei der Freien Schule, wie sie Privatschulen schon haben, die natürlich immer mehr Geld verfügen, weiß ich ja alles, aber wie es auch einige staatliche Schulen schon haben, weil da der Schulträger gesehen hat, wir müssen ein neues Konzept fahren, wenn diese gesamte digitale Geschichte dann wirklich überlebt, wahrscheinlich ist das jetzt soweit, dann müssen wir ein anderes Raumkonzept fahren, das geht einfach so nicht mehr. So und das sind Prozesse, Schulbuchfrage, also Lehrmaterial. Unglaublich viele Dinge, die auf einmal die Fachleiter betreffen, die Admins, die heimlichen Fürsten der Schule. Auf einmal ist das in ihrem Gebiet und auf einmal ist das im Gebiet des didaktischen Leiters oder des Englisch-Fachleiters, der Druck verspürt, weil auf einmal die Leute nicht mehr mit dem Schulbuch arbeiten möchten, weil die Schüler eh ein Tablet in der Hand haben. So und dann wird es wirklich kribbelig und deswegen mein Appell an Sie, machen Sie das nicht alleine, gehen Sie lieber wirklich wagen, machen Sie lieber gemütlichen Dienst, aber gehen nicht daran kaputt, indem Sie die Digitalisierungsprozess, diesen ganzen schulentwicklerischen Prozess versuchen alleine in Ihrer Schule durchzuboxen. Würde ich niemandem empfehlen. Die blutige Nase, die ich mir geholt habe, ich sage sie jetzt gerne im Vier-Augen-Gespräch und nicht vor der Kamera, die war brutal. Und die hat mein Leben dann ja auch beruflich verändert. Also mein Appell wirklich, Steuergruppen, wie auch immer Schule das nennen mag, suchen Sie sich Leute, machen Sie kleine Treffen, informelle Treffen, Kaffeekränzchen treffen, Mittagspikolöchen treffen. Ist völlig egal. Unsere Kolleginnen haben das ganz toll gemacht, die haben alle Vokabeln in eine Plattform, so eine Quiz-Plattform im Internet, alle Vokabeln der Units abgehackt. Das ist kein schöner Job, aber das ist einmal gemacht und jetzt freuen die sich seit Jahren darüber, dass sie es haben. Und das haben die in kleiner gemütlicher Runde gemacht. Fünf, sechs Mädels, die verschiedene Units dann reingepackt haben. So machen Sie es informell, hängen Sie es nicht an die große Glocke, machen Sie kleine Fortbildungen, machen Sie das einfach, begeistern Sie, versuchen Sie nicht zu missionieren. Das war mein Fehler. Ich hatte das Gefühl, ich müsste missionieren. Und das ist falsch. und nehmen Sie in der Diskussion mit den Kollegen, lassen Sie diesen technischen Aspekt, schrauben Sie den so weit runter, wie überhaupt nur machbar. Es geht nicht um ein iPad und den Stift. Das ist gut, feines Teil, aber es geht um das, was damit gemacht wird. Und das muss die Leute begeistern, nicht die Technik. Die kann auch begeistern, fiel die auch gut, aber darum geht es letztlich nicht. Und wenn wir immer noch im Jahre 2000, nächstes Jahr, 19, 20, die Zeitungsartikel sehen, erste iPad-Klasse im Raum, weiß ich nicht, jeder Landkreis, jede Stadt hat ja seine erste. Und Pilotprojekt im Raum und in Region XY. Nee, die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen keinen einzigen Piloten mehr. Wir brauchen auch keinen Leuchtturm mehr. Da strahlen so viele in der Gegend rum. Gehen Sie da einfach mal hin, vielleicht sind die gut, aber sie braucht es nicht mehr. Denn alle anderen, die unter dem Leuchtturm stehen und auf den Leuchtturm gucken, ja alle Schulen müssen dieses Thema, sich diesem Thema annehmen. Und da bringt es auch nichts und das macht mich auch mittlerweile wütend, wenn irgendwer irgendwelche Leuchtturm-Vernetzungsdinger macht und irgendwo treffen sich, diese Netzwerkgedanke dabei ist toll, aber dann werden wieder irgendwelche Schulen so explizit hingestellt, drei Jahre lang evaluiert und wieder sind fünf Jahre ins Land gegangen und für die Region da drum hat sich nichts verändert. Das Grundschulprojekt in XY, das SEC-1-Projekt und das Oberstufenprojekt. Nee. Und da kann sich auch ein Kultusministerium langsam nicht mehr mit raushahlen. Denn das ist kein Projektcharakter mehr. Klar muss es Schulen geben, wo sie reingehen. Gehen Sie zur Waldschule Harten, gehen Sie zur freien Schule Anne-Sophie, wer auch immer. Die öffnen die Türen, so gut sie das schaffen. Aber es reicht, die gibt es, die Schulen. Überall und auch da. Vernetzen Sie sich mit anderen, gucken Sie online, finden Sie die. Aber es braucht nicht noch mehr, denn die anderen, die jetzt suchen wie Sie, die müssen jetzt bedient werden. Und solange wir diese Bilder sehen und sei es vor irgendwelchen Whiteboards, der Landrat mit einem glücklichen Kind, weil es jetzt eine Tafel gibt, die elektronisch ist, oder die iPad-Klasse der 7a, ja, wenn Sie jetzt mich googeln, dann finden Sie davon auch tausend Bilder. Lassen Sie es bitte. Das war 2013. Auch ich habe mich weiterentwickelt. Ja, da gibt es von uns auch, und Klappern gehört zum Handwerk, und das weiß ich auch, eine Schule muss sich gut präsentieren. Aber, ey, wenn wir immer noch denken, dass das es ist, dann muss das Umdenken wahrscheinlich noch stärker forciert werden. denn ich sehe da das drin. Das Bild ist 100 Jahre alt, die Schiefertafel hat dann noch keinen Homebutton, sondern es ist nichts anderes. und die Klassenstärke stimmt auch wieder mittlerweile. So, und das macht mir tatsächlich Angst. Also, wenn man wirklich meint, die Digitalisierung, der Prozess, der Schule komplett verändert, und nicht nur Schule. Ich bin jemand, der seit sechs Jahren immer über Schule redet, und habe jetzt im letzten Jahr einen Blick gekriegt in die betriebliche Ausbildung eines Riesenkonzerns, einem Weltfektenkonzern. Und ich habe gesehen, die haben die gleichen Probleme, und wir denken immer, wir sind die einzigen. Nein, jeder mittelständische Betrieb, jeder Konzern steht genau da. Nur weil sich die Technik in Roboter verändert und künstliche Energie, Intelligenz und Augmented Reality und sowas da schon Teil des Berufsfeldes geworden ist, heißt das doch nicht, dass die Denke derer, die dort arbeiten, sich verändert hat. Das ist ein Prozess. Und wenn ich sehe, dass Ausbilder in Betrieben, die müssen auch diesen Prozess durchmachen, das sind nicht nur Schulen. Wir schimpfen gerne auf die Unis. Ja, klar können wir auf die schimpfen, aber auch für die ist das ein Prozess. Und auch die müssen die Chance haben, diesem Prozess mitzugehen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir bei dieser ganzen strategischen Planung bedenken müssen. Wir befinden uns in einem Prozess, den werde ich wahrscheinlich nicht mehr beendet sehen. Er muss forciert werden, er muss finanziell forciert werden, das wissen wir alle. Aber man kann es nicht erzwingen. Und ein Koffer mit Tablets wird die Lösung nicht sein. Noch lange nicht. Das ist vielleicht ein Start. Und wenn ich jetzt heutzutage neu starten würde in einer Schule, ich würde immer dazu übergehen, gleich im Großen zu denken, als in dieser einen Pilot-Tablet-Klasse. Denn diese eine Pilot-Tablet-Klasse ist genau wie die eine Pilot-Schule. Erstmal so ein Versuch. Wir gucken, wir haben immer eine sehr exponierte Stellung, vielleicht sind wir ein bisschen privilegiert in dieser Klasse. Fakt ist aber, jeder guckt auf euch. Denn das ist die eine Klasse, die sitzen Sie da mit den Tablets. Was für ein Quatsch. Ich glaube, es ist viel wichtiger, den Grundstein in der Schule zu legen, sich ranzumachen, das Kollegium zu entführen zu solchen Veranstaltungen. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele. die Zeit freizumachen als Schulleitung, die Zeit für die Kollegen zu schaffen, wie meine Schulleiterin, wenn Sie sie gestern gesehen haben. Die ermöglicht Kollegen alles, sich weiter und fortzubilden, diesen Prozess im Kopf wachsen zu lassen. Denn diesen Prozess kannst du nur wachsen, wenn du mit Menschen sprichst, die schon einen Schritt weiter sind und nicht mit anderen Leuchttürmen irgendwo dich verbindest, die auf dem gleichen Stand sind und quasi für eine Region stehen. Und da sehe ich die Gefahr eben bei diesen Einzelklassen auch. Ich würde immer einen Jahrgang, wie auch immer, größer starten. Einfach um der Sache mehr Wucht zu geben. Ansonsten sind es wieder nur drei Kollegen oder vier. Das mache ich ganz schnell, denn, und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, was hier rauskommt, und wenn Sie die richtigen Vorträge oder Workshops besucht haben, dann ist das hoffentlich rausgekommen. Es war jedenfalls beim Erstellen des Programms mein Bestreben, dafür zu sorgen, dass man diese Impulse mitbekommt, dass wir Schule komplett neu denken müssen. Und das fängt an bei 45-Minuten-Taktungen, dass ich einem Achtklässler sage, du denkst jetzt 45 Minuten in Erdkunde und gleich nach der 5-Minuten-Pause denkst du 45 Minuten in Englisch und danach darfst du 90 Minuten Mathe denken. Dass diese ganzen Abläufe im Hinblick dessen, wie Schüler oder wie wir ja auch lernen den ganzen Tag, nicht mehr klappen, das merken Schulen, die diesen Schritt schon gegangen sind. Raum, Zeit, Taktung, Stecken von Stundenplänen, das schaffen neuer, das ist mein Liebling. Wenn die Politik nicht weiter weiß, dann wird ein neues Fach gebastelt. Und jetzt soll es irgendwie Informatik sein, es geht auch immer was mit MINT, Ethik geht auch immer, Inklusion, also es gibt so ein paar Fächer, die gebaut werden sollen, die einfach ins Curriculum dazu, nein, das ist kein Fach. Das mag ein Fach sein, wenn es um Programmieren geht und solche Geschichten habe ich keine Ahnung von inhaltlich. Aber nein, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, eine gesamtschulische Aufgabe, die in jedem Fach relevant ist. Und würde ich ein 1 zu 1 Projekt neu starten, wäre das genau der Ansatz, wo ich starten würde. Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist viel Vision in meinem Kopf, ob ich dann daran scheitere, weil ich die Mittel nicht habe oder nicht doppelt stecken kann, wie ich eigentlich doppelt stecken wollte, die Kollegen, ob ich vielleicht das Schulungsetat nicht habe, das sind alles Dinge, die werden noch auftreten. Aber so würde ich starten. Ich würde bei der Grundstruktur meiner Schule starten. Bei der Denke überhaupt, wie will ich lernen und bei der Denke, wie will ich das hier eigentlich erreichen. Und irgendwann mache ich mir dann Gedanken darüber, wie verwalte ich eigentlich das Gerät, was ich mir da gekauft habe. Das ist aber auch wirklich, eine Lösung gibt es für alles. Viel wichtiger ist aber, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie soll meine Schule eigentlich aussehen, wie soll die ticken und welche Vision habe ich. Ich mache ganz oft mit Schulen das Erstellen einer Vision in einem Satz. Wissen Sie, was ich dann immer kriege als Vision? Es ist immer der Leitsatz der Homepage. Kinder zu glücklichen Individuen machen oder so oder individualisiertes Irgendwas. Wenn du aber wirklich fragst, was meinst du, wo willst du denn mit deiner Schule hin? Was ist denn die Vision dieser Schule? Wo soll die denn hingehen? Dann ist das ein unglaublich, ich hätte das nie geglaubt. Ich dachte, da kommt sofort ein Ergebnis. Nee. Und da tun sich ganz viele Schulen unheimlich schwer, einen Satz zu formulieren, wo sie wirklich sich selbst und ihre Vision der Schule sehen. Das finde ich zum Teil witzig, weil ich hätte es auch nicht gekonnt. Ich habe 26,5 Stunden gearbeitet, ich bin da hingegangen, habe meinen Unterricht gemacht, bin von Ding zu Ding gestresst. Aber sich selbst hinterfragen, wo will die Schule hin? Dafür brauchen wir viel mehr Zeit, bevor wir uns darüber Gedanken machen, welchen Schutz und was auch immer Filter wir wo einführen. Wir werden wieder beim Thema Vernetzung. Es gibt hier ein paar Twitter-Menschen, sehe ich die, die ich erkenne an den leuchtenden Haaren, die sind dort. Ich kann Ihnen nur ans Herz legen, da sind alle Menschen versammelt, die diese Planungsphasen von der Idee, von der Vision über die konzeptionelle Gestaltung, über wie kriege ich, es gibt Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe, dort bei Twitter, die haben sich Jahre damit beschäftigt, wie man Fördergelder kriegt. Sensationelle Möglichkeiten, wusste ich alles gar nicht. Das heißt, die finden Sie da. Die gibt es schon. Wie verwalte ich die Geräte? Die gibt es überall. Vernetzen Sie sich mit den Leuten und machen Sie es nicht alles neu, weil Sie meinen, Sie machen es besser als die anderen. Vielleicht machen Sie es besser, dann können Sie es den anderen zeigen. Ich habe damals geglaubt, ich mache alles besser, weil ich war ja der Erste. Habe ich auch geglaubt, war auch Quatsch. Ich war nämlich nicht vernetzt, deswegen fühlte ich mich ganz sicher. Und als ich dann merkte, es sind andere viel weiter und besser als ich, wurde man auch schnell wieder geerdet, was auch gut ist. Aber das ist mein Appell, machen Sie das. Es gibt für alle Punkte, Fortbildung, Weiterbildung, Konzeptionierung, gibt es Menschen, die Ihnen helfen und die das kostenfrei gerne machen. Und vielleicht kostet es mal Geld. Warum darf es das nicht sein? Also auch das ist so ein Irrglaube, dass Schule oder dass Bildung Geld kosten darf. Nee, muss es. Ich habe jetzt leider nicht auf die Uhr geguckt, weil ich auch gar keinen, ich habe teilweise verzweifelt irgendwo versucht, eine Uhr zu erkennen. Könnt ihr mir helfen? Wie viel? Um eins. Das ist ja jetzt blöd, weil ich eigentlich Fragen stellen wollte, beziehungsweise Antworten, also Fragen zulassen wollte. Gibt es Fragen? Wäre mir ganz wichtig. Sind Sie überhaupt noch wach? Wäre mir auch ganz wichtig. Keine Fragen. Erschlagen. Gelangweilen. Ja, was bitte? Wir haben darüber gesprochen, wir brauchen... Ist an? Sie haben da drüber gesprochen, sehr laut, da drüber gesprochen, wir brauchen Konzepte. Nur mit Konzepten werden die Schulträger uns was dann auch bieten, hoffentlich das, was wir brauchen. Wir stehen jetzt gerade am Anfang mit unserer Schule und sollen ein Konzept erarbeiten. Nachdem ich jetzt die drei Tage hier verbracht habe, weiß ich, dass wir auf dem vollkommen falschen Weg sind. Schön. Also eine schöne Erkenntnis im frühen Stadion. Aber im Moment, muss ich auch sagen, mir schwirrt langsam der Kopf nach den drei Tagen. haben Sie mal irgendwelche Wege in Richtung Konzepte, irgendwo mal ein Beispiel vielleicht für uns? Ich verstehe das und ich sehe auch den Willen, Konzepte zu lesen. Ich habe bloß eins, ich gebe Ihnen von mir aus einen Dutzend Konzept, schicke ich Ihnen per E-Mail. Alles gut. Für mich ist das, sie klingen wie jemand, der einfach davon Ideen will. Ganz viele Schulen kommen, nämlich kannst du mir dein Konzept geben und nehmen die Bausteine und klackern was zusammen. Und das finde ich so schlimm. Also für mich ist erstmal die Vision der Schule Punkt eins. Und sie sind ja hier und sie holen ja Input und so. Das finde ich ganz wichtiger Aspekt. Ich kann Ihnen gerne da Konzepte geben von Schulen. Auch das von meiner Schule, das ist auch ein sehr, das ist nicht so ein Pamphlet, das lebt. Gebe ich Ihnen gerne. Auf einer der Seiten oben, da finden Sie, ist sogar im Internet meine Telefonnummer. Verrückt. Und mich hat einmal einer angerufen, das war ein Schüler am Samstagabend, der mir gesagt hat, dass er mich lieb hat und mit mir feiern will. Das war der einzig vermeintlich, der eigentlich vermeintlich negative Anruf, den ich hatte. Also nur, ich bin da, Sie finden alles da. Gibt es noch Fragen? Okay. Sie erreichen mich da und ich weiß auch, das ist jetzt der dritte Tag. so wie ich mich fühle, weiß ich, sind Sie auch voll mit Input. Für mich ist das, gestern Abend habe ich mich rausgeschlichen, weil ich keine Menschen mehr sehen wollte. Irgendwann ist einfach zu. Nehmen Sie diese Ideen mit, aber, und das ist das Wichtige, machen Sie danach, am Montag weiter, gehen Sie die Gedanken weiter. und wenn Sie Fragen haben zu irgendetwas, Tablets.schule, wenn es jetzt so explizit um Tablets gehen soll, dort finden Sie hunderte von Verlinkungen zu anderen Schulen, Unterrichtsbeispielen und so weiter und so fort. Ja, es soll gar nicht der Ort sein, es soll nur der Ort sein, von dem Sie vielleicht starten und dann auch von meinem Ort wieder weggehen. Darum geht es mir gar nicht. Okay, dann danke ich Ihnen vielmals und wünsche Ihnen noch, vielleicht noch ein oder zwei, wie viele hat es noch, wie viele Durchgänge? Einen, ne? Einen schönen Durchgang nachher und dann ein tolles Wochenende. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.